Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Chupa in Kooperation mit der Seite Exide.eu und heute geht es einmal darum, euch die Charakterklassen ein bisschen näher zu bringen. Wir schauen uns einmal nicht diesen verrückten Skilltree an, weil der sieht halt sehr sehr einschüchternd aus. Da werde ich jetzt noch nicht darauf eingehen, da kommt noch ein spezielles Video. Wir möchten uns ja eigentlich nur die Klassen angucken und zwar habe ich euch, lacht jetzt nicht über meine Paint Skills, die werdet ihr noch öfter sehen und zwar geht es hier einmal darum, euch die Charakterklassen ein bisschen näher zu erläutern und die wichtigsten Unterschiede. Und zwar, es gibt einmal Hauptattribut Klassen, zum Beispiel die Hexe ist ein Hauptattribut Intelligenz und es gibt den Marodeur, der ist auf Stärke Hauptattribut und Weitläuferin ist Geschicklichkeits-Hauptattribut. Und zusätzlich gibt es ja solche, oh stopp Chupa, es gibt aber noch andere, habe ich gerade in dem Baum gesehen oder in dem Login-Screen. Ja, ihr habt recht, es gibt auch Hybriden. Hybriden ist zum Beispiel der Schatten, der Templer ist auch ein Hybrid und der Duellant ist auch ein Hybrid. Das heißt, sie sind dann halt nicht von der Stärke her so hoch wie der Marodeur und von der Geschicklichkeit her ist der Duellant auch nicht so hoch wie die Leitläuferin, aber der hat beide dafür. Ja, das heißt, wir haben einmal Hauptattribute, das entscheidet sich im Prinzip am Anfang. Wenn wir zum Beispiel mit Bogen spielen, bietet sich das natürlich an, weil Attribute helfen euch zum Beispiel verschiedene Skills zu spielen oder auch bestimmte Items, zum Beispiel einen Bogen, der sehr viel Geschicklichkeit benutzt, das heißt, den anzuziehen. Ihr könnt aber auch, habe ich auch schon gemacht mit einem Marodeur, der absolut gar keine Geschicklichkeitsklasse ist, einen Geschicklichkeitsbild oder einen Bogenbild zu spielen. Das kann man definitiv machen. Das heißt, im PoE ist man dazu nicht beschränkt. Einfach mit einer Hexe kann man zum Beispiel auch ein Bogenbild spielen, denn die einzelnen Klassen und das ist nämlich das Größte, was die Klasse ausmacht und das ist die Aszendenz. Die Aszendenz, da gibt es bei jeder Klasse, zum Beispiel bei der Hexe, gibt es aber den Necromancer, den Okkultisten und den Elementalisten und mit diesen drei kann man dann zum Beispiel ganz spezielle Sachen machen. Zum Beispiel ist einmal der Necromancer besonders gut für Dienerbilds. Ja, da könnt ihr euren kleinen Dienerbefehlern beschwören und da kriegt ihr durch die Aszendenz halt noch mehr stärkere Diener, mehr Schaden, mehr Diener und so weiter und noch ganz viele andere coole Sachen. Und der Marodeur ist zum Beispiel, kann er auf Juggernaut gehen, dann ist der super, super ein Tank, ja, und den kann fast gar nichts mehr zerstören. So eine Sache gibt es halt alles durch die Aszendenz. Das heißt, also im Prinzip, ihr könnt jeden Bild mit jedem Charakter spielen, aber es bietet sich natürlich an, durch die Hauptattribute die Items besser tragen zu können und natürlich durch die Aszendenz, die halt speziell in eine gewisse Richtung geht. Ja, zum Beispiel Waldläuferin. Klar ist auch bei PoE eine Klasse, die man sehr oft mit Bögen spielt, aber man kann sie zum Beispiel auch mit einem Zauberstab spielen. Gibt es auch ganz viele Zauberstabbilds, die sehr, sehr, sehr stark sind auf Waldläufer. Das möchte ich euch einmal nur so ganz kurz erklären. Das sind einmal die Klassen und jetzt geht es einmal darum, natürlich die richtigen Bild zu finden. Die gehen nämlich immer auf spezielle Klassen, wegen der Aszendenz, wegen der Attribute und da solltet ihr euch auf jeden Fall, jetzt hängt ihr in der Luft, das nächste Video, da geht es einmal, woher bekommt ihr die ganzen Bilds her.